Du zockst jetzt Sombra, weil du so böse bist. Sie ist einfach ein geiler Schem. Nein. Doch. Hast du ein Problem, Mann? Leider nicht. Geh Urgott spielen. Tue ich auch, gerne. Urgott ist sogar noch besser. Okay, okay. Das war jetzt schon eine heftige Beleidigung. Das war also... Hättest du das zu mir gesagt, hätte ich dich verprügelt. Aber ging ja ein gegen Sombra und nicht mehr. Nicht mir, nicht mich, weißt du? Weißt du was? Almos. Zeig dir wieder mein Talent für... Warte, wo ist der Korb? Oh. Verkackt. Der Ball ist noch zu retten. Shit. Oh shit, ey. Ah. One. Hi, Uken. Hadouken boosten. Hadouken. Einer von unseren Mates ist schon nicht gerade bei uns. Bist du dir da sicher? Total positiv hier. Ja komm doch her. Die haben da oben ne Widowmaker, rechts. Haben sie das? Leicht runter. Auf der... Ne, das ist ne Windmühle. Ja! Soldier tot! Ha! Niemand legt sich mit mir freiwillig an. Kapisch? Weckgesnackert oder was hat die gemacht? Wo ist die Widowmaker? Jetzt will ich's aber wissen. Müsper. Müsper. Dann nehmen die Objective. Wir lassen uns nicht mehr weg! Wer will die objective? W崩mer! Wir sterben weg! Müsper! Wack! Wie viele Gegner sind denn da? So, ey. Das ist ne gute Frage. Nein. Reinharato. Hurra! Komm, seid alle betrunken, meine Freunde. Ich habe Ulti gehört. Was auch immer sie sagt, Alter. Keine Ahnung. Geh noch mal noch auf den Punkt. Nice. Ich auch. Lauter, lauter, lauter. Lauter? Noch lauter? Sterb einfach. Ich will aber nicht. Du doch nicht, die Gegner. Keine Ahnung, also was macht ihr alle dahin? Ich kämpfe gegen den Soldier. Und es ist wieder tot. Dieser Roadtug, Alter, Jungs. Ja. Endlich. Mercy haut ab mit der Luft. Oh mein Gott, ich habe Mercy, oder? Ich habe... Justice? Dachtest du? Dachtest du ernsthaft Gerechtigkeit kommen, wenn ich Sombra spiele? Ne. Sorry. Was? Machst du ja einen auf Batman, ey. Ich weiß genau, was du letzten Sommer getan hast. So sieht's aus. Jetzt schon wieder der Roadtug, Alter. Komm her, du! Alter, geht doch. So will du mal gar nicht snappern, was ich schon jetzt zeige? Ja. Ich weiß noch nicht, wo sie ist. Steht an der Ecke. Sniper, Headshot. Headshot. Ha! Tot. Stierb einfach weg. Nein. Nein. Sie hat mich aufgebracht, meine Freunde. Nein. Scheiße. Unglaublich. Aber wahr. Heroes never die. Heroes always die. Bist du dir da wirklich sicher? Ich hab vielleicht gerade ein Lucio-Highlight. Oh my God. Ich hoffe natürlich nicht. Sonst fände ich das nicht in Ordnung. Guck, geht. Nein. Warum? Verpiss dich. Ist er wenigstens bei uns. Nein. Das ist dieser blöde Hanzo-Spieler von eben. Dessen Namen ich echt unverschämt finde. Was? Meinst du not on your level? Ja. Willst du sein Freund werden? Ja. Ja. Kann ich vermitteln. Mach mal. Kann ich sagen, ey, Bitch, komm mal her. Hier will ja jemand dein Freund sein. Ich wollte es gerade schreiben, ne? Ich kenn dich. Sombra ist so schnell über der Map, Alter. Wenn mein Aim besser wäre, ne? Wäre ich richtig gut mit ihr. Aber mein Aim ist einfach Müll. Sombra braucht kein Aim, weißt du das? Warum das denn? Ich werde die Schüsse so krass verziehen. Oh. Da war eine Widow, mit der ich nicht gerechnet habe. Die Widow-Maker ist das schon die ganze Zeit? Die ist gerade erst da hochgekommen. Ich habe das genau gesehen. Nein, die ist da schon seit 10 Jahren. Wow. Rutale Sache. Ich habe gerade kein Heal. Oh yeah. Ich bin einfach stehen geblieben. Da hat sie mich... Ne, die zieht gar nicht über mich, ey. Pass auf den Affen, auf. Lucio, dieser Frosch, ey. So. Ist das jetzt euer Ernst? Stirb, Affe! Stirb! Ja, dachte ich auch. Ich denke mal, du bist Mei, aber du bist ja eigentlich Sombra. Ja, ich kann auch für dich eine Mei sein, mein Lieber. Und abends Rindfisch. Unsere Mei heißt Rindfisch. Mayombra. So nenne ich den Titel der Folge. Mayombra. Ich wurde entdeckt. Mayombra. Mayombra. Oh, Junge. May. Ich halte dich. Ich habe Ulti gecastet, aber ich weiß nicht, ob das passiert ist. Ja, die bringt nicht so viel. Ja, die sollten so machen, dass das so ein Virus ist und die kriegen Damage. Das wäre cool. So ein Dot-Damage. Das wäre cool, Alter. Ah, die didn't see that one, Gommi? Aber leider kann man nicht unsichtbar hacken. Ich finde das echt schade. Ja. Dann bist du schon der einzige Champ, der sich unsichtbar machen kann und dann meckerst du noch darum. Ja, echt, Mann. Richtig assi bin ich. Oh, Gott, Wingston. Hu. Excuse me. Excuse me. Das darfst du nicht sagen. Execute me. Nein, bitte nicht. Excuse me. Execute me. Soll ich vielleicht einen anderen Damien picken? Wäre vielleicht besser. Obwohl, nee. Be a man. Und ne Mercy. Transgender Mercy. Transgender? Ja. Ja. Transgender? Ja. Transgender? Ja, da kannst du noch besser sagen. Ich hab' das noch nicht ausgerastet. Warum sollte ich? Weiß ich nicht. Wenn ich ganz oft wieder was wiederhole, rasten manche Leute aus. Echt? Versteh ich nicht. Clowns Fiesta, Junge. Let's drop the beat. Und ich kann nichts bringen. Dieser Soldier 76, ne? Slim Jin. Hm. Netter Name. Slim Jin. Weißt du was? Welchen Shame wir brauchen? Kevin allein zu Haus. I've got you in my sights. Slim Jin hat dich in den Augen. Ich kann da nicht viel machen, ne? Ich auch nicht. Manke. Manke. Oh yeah. Oh yeah. Wir haben so geschafft. Nein, haben wir nicht. Fuck. Fuck. No, no, no. Ich bin echt gespannt. Not like this. Not like this. Nooo. Nooo. Ich sag's dir, der Hanzo-Spieler. Auch wenn er nicht so schlimm war. Trotzdem. One to one. My little bitch. Ich hab ihn auch immer reingekriegt. Ja. I go carry this. Huh? Give me Soldier. Ich hab ihn auch immer reingekriegt. Blue Ninja. Komm schon, ich muss ihn da reingekriegen. Dann hab ich... ...nicht gut. I believe in you, Papa 76. Papa 76? Kennst du nicht? Kennst du die Zeichnung nicht? Okay. Das ist richtig geil. Das ist hier, wie hieß es, weil... ...Soldier, äh... ...so gefühlt der Papa der ganzen Runde ist. Von Overwatch. Und deswegen, ähm... ...ist er halt... ...geil, äh... ...Luzio. Ähm, ist er halt hier, wie hieß es, der Papa, weil er auf alle aufpasst. Das ist so ein Meme, ich weiß auch nicht. Ich hab das letztens gesehen, ich fand das total knuffig. Ja, wirklich? Wirklich? Okay. Ha! Oh Gott, oh Gott. Yujin, okay, okay! Jack, Jack! Du zielst mir keinen Kill, ne? Was? Ich zieh dir keinen Kill? Ich glaubst mir keinen Kill, sagt er immer. Ach so. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, aber der ist gut. Ich bin schon zu zweitem Mal aus dem Fenster gestorben. Meck, da ist es nur zu. Tja. Gehackt. Und meins. So, Nodedo. War das unser Lucio-Ulti? Ja. Nein, nein. War nicht unser Lucio-Ulti. Nicht? Oh. Damn, son. Ja, weißt du, ich denk mir so, ah, mein Team läuft auf den Punkt und dappt ihn ein. Das kann doch gar nicht sein. Ich muss wirklich zeigen. Ja. Ja. Magandela Lucio-Ulti. Magandela Lucio-Ulti. Woo. No! Papa 76 hat mich umgebracht. Slim Jin. Wollte da sonst nicht jemand carry's. Ich glaub der, ich glaub er weiß auch nicht was passiert ist. Dat war's. Ich hab den Punkt. Diva! Warum? Diva! Warum? Diva! Ah! Ah! Genau so. Omnikron? Hatten wir den überhaupt im Team? Weißt du, es lief am Anfang so gut. Es lief am Anfang so gut und dann sowas. Ja, feels bad man. Ja, feels bad, feels bad. Habt ihr das Highlight genossen? Ich nicht. Da ist jemand salty und damit verabschieden wir uns auch. Bis zum nächsten Mal. Wir brauchen jetzt erstmal ordentlich Mineralwasser. Wir werden jetzt erstmal diskutieren, wo der Fehler lag, was wir hätten besser machen können und ob wir uns das nächste Mal Steroide spritzen für die Runde. Ja, als ob. Ja, genau. Scam. Scam. No scam at all. No scam at all. Nächste Runde spritzt sich Tetsu Steroide. Spritzt dir gleich Steroide in dein Gehirn? Geile Sache. Wird's vielleicht muskulöser. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ja, das ist auch nötig. Tschüss. Aw. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017